ja hallo meine lieben so ihr habt ja bestimmt die ersten zwei video schon gesehen glaube ich oder ich weiß noch nicht wie es zusammenschneide aber ja ich hab's ich hab ich hab ich hab hier den schein ich darf zur fahrschule gehen nein ein sieg weiter jahrelang seit ich 18 bin das geht ich sie haben sich nicht da oben und jetzt auf einmal ja nein ist endlich geil mann sorry ich freue mich lass mich doch freuen hier ich freue mich wenn ihr euch freut ich schreibe ich alles zusammen habe ich schon gemacht aber auch schreibe ich noch mal alles zusammen ist egal ich war bei meiner mutter auch geklingelt die machen wir die tür auf dreht sich direkt rum und dann ist so richtig laut und die dreht sich so mein gott schreist du denn hier rum was ist denn mit dir los ich so ich hab das ja was hast du ja hier den schein habe ich den auseinander gemacht ihr guckt da ich darf alles fahren ich habe den großen augen test gemacht beim augenarzt ich darf ich darf quasi alles fahren vom traktor bis zum lkw ubo ok ubo das jetzt ein bisschen übertrieben aber ich darf alles fahren das ist richtig geil ja ich freue mich so der nächste schritt wäre erst mal fahrschulen angucken wer nimmt was weil jede fahrschule nimmt ja auch anders vom preis her dann muss ich in erste hilfe kurs auch noch machen und wenn das dann alles über die bühne gelaufen ist dann lasse ich es euch wissen wenn ich den führerschein habe in diesem sinne euer tofina und ich esse jetzt erstmal was ich habe heute morgen nur ein stück mondkuchen gegessen und ein glas milch heute morgen um neun und ja dass da irgendwie probleme gab mitten mitte uhr zeit und so dachte wirklich es wäre eigentlich um zwölf uhr ne aber gut steckst du nicht drin ich war mir wirklich sicher die hat gesagt zwölf uhr und ich wiederhole das am telefon zwölf uhr ja zwölf uhr und jetzt war es doch 14 uhr egal ich habe den schein jesss